UNTERTITELUNG 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 Lass uns ein bisschen Gas geben! Hier bringt uns die Sonne! Jumme, 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 Jumme! Wir sind gespannt, was er jetzt macht hier bei den Frauenpollern in der 400-Tonklasse der Oliver! Musik 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 Und da ist er wieder! Bull Bull! Der Huyg ist unterwegs, Matthias Eckhoff und der Neuss Und die Pusser aus der Gegens-O-Profol-Bahn. Ganz enge Kiste, ich glaube, es hat nicht gereicht. Ich glaube, es hat nicht gereicht. Herrlich, es sieht so aus, als wenn die Abgase auf dem Screen abgebildet sind. Sehr geil. Rippo! Los geht's! Und da zeigt er es selber an, da zeigt er es selber an. Falscher Gang. Wollte ich gerade sagen. War das der richtige Gang? Mein 14-Anser geht auch mit einem 3,5 Tonnen Vollwohl. Das ist die große Frage. Startvergabe für den Black Match. Die Kuhlau! Die Kuhlau! Die Kuhlau! Nein! Er muss anhalten. Er droht außer Wahn zu gehen. Jetzt in der Philatons-Fortgasse unterwegs. Raging Green! Die Dotswängs drücken die Daumen! Es reicht nicht! Es reicht nicht! Um vielleicht noch einmal im Finale dabei zu sein, die Fans fangen ihn noch einmal an. Die Flammen schlagen aus dem Auswurf! Das sollte reichen! Und das Setup heutzutage in Sportklasse Traktoren. Auf her! Greift nochmal ab! Weg nach unten! Ärger! Die Flammen sind sehr, sehr gut! Das Schaukel hört sich zur Session! Rocken wir Edeweg 20.,7. Da geht es dann richtig zur Sattel. Aber jetzt erst einmal der Schaukel! Bei der 50 Meter Waage ist die Kurve komplett gelöst, dadurch nicht glücklich die richtige Geschwindigkeit aufgebaut. Also... Rollen! 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 Und André, es sieht so geil aus, wenn du mit dem Niggi direkt runterfährst. Absolut geiler Klappe! Richtig vorwärts von Triple X! Wow! Wow! Ein platt zu deiner Pull von Triple X 2! Jetzt geht der mal endlich richtig vorwärts! Ein ganz anderer Upschnitt wie in der 3,5-Ton-Quamp, wo ich da bin! Auf geht's! 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 H знаешь, das ist, es ist Guterbeer! Noch einmal die grüne Flagge für den Red promotes! Noch einmal, drück mir die Fels, zieh Daumen. Das gibt's doch nicht.